Musik Wir sind heute auf dem Lagerhaus Forsttag in Knittelfeld. Hier präsentieren rund 50 ausstellende Firmen die Forstechnik im praktischen Einsatz. Das Landwirt-Live-Dabei-Team macht sich nun auf den rund 2,5 Kilometer langen Rundweg, um Ihnen zu zeigen, was hier alles geboten wird. Ja, wir sind mit der Landforst Lagerhaus KG eigentlich mitten im Herz der Steiermark. Wir sind das waldreichste Bundesland in Österreich und dementsprechend groß ist auch unsere Motivation, dass wir hier eine gute Fachveranstaltung für die Land- und Forstwirte aus unserer Region, aber nicht mehr aus unserer Region, sondern österreichweit durchführen. Musik 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 Was gefällt euch besonders gut? Neuen Maschinen und einfach was Neues kennenlernen und ja, also neue Sachen kennenlernen. Ich bin der Kalkl Herde aus Säcker und haben einen Bergbauernbetrieb mit viel Wald, relativ viel Wald sagen wir so und mich interessiert die Forstwirtschaft auf jeden Fall und auch die Maschinen. Ich muss sagen, es ist eine wunderbare Sache, wenn man ein kleiner Waldbesetzer ist, so muss man sagen, ja, das kriege ich Eindrücke, was man vorher nicht gehabt hat. Wir sind das erste Mal bei so einem Forsttag und man sieht mir relativ viel Praxis nach und wir sind begeistert. Fully können sich da wirklich oft nichts vorstellen, es ist oft eine Ausstellung und so und da wird dann wirklich alles gezeigt. Also, von allem schneidet es um, da wird jetzt schon zusammengeschnetzeltes Holz und dort wird es aufgeloben, also das ist ein Wahnsinn, ja. Das war eine ganz interessante Veranstaltung. Da sieht man die Geräte im Praxistest. Wirklichkeitsnah. Tadlos, ja. Musik Wir sind überrascht vom sehr, sehr guten Besuch. Wir haben diese hohe Anzahl bei Weitem nicht erwartet. Wir haben auch zum Glück noch ein hervorragendes Wetter, eine ordentliche Begleitung gehabt. Und ich glaube, dass ein toller Eindruck war von den Maschinen und Geräten, die groß als im praktischen Einsatz gezeigt wurden und auch von den Produkten, die hier im Ausstellungsbereich präsentiert wurden.